Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Fische, du hast eine natürliche Neigung, die Bedürfnisse anderer über deine eigenen zu stellen. Diese Selbstlosigkeit ist zwar bewundernswert, aber es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Sorge um dich selbst und dem Einsatz für andere zu finden. Wenn du dein Wohlbefinden opferst, um anderen zu dienen, kann das zu Ressentiments führen und deine emotionalen und körperlichen Reserven aufbrauchen. Wenn du aber die Bedürfnisse deiner Mitmenschen vernachlässigst, ohne zu bedenken, wie sich dein Handeln auf sie auswirkt, kann das auch zu Unfrieden in deinen Beziehungen führen. Heute könntest du zuersterem neigen, wobei deine Selbstlosigkeit überwiegen könnte. Es ist wichtig, daran zu denken, dass ein Gleichgewicht zwischen Selbstfürsorge und Fürsorge für andere der Schlüssel zu gesunden und erfüllenden Beziehungen ist. Wann immer du auf eine Energieblockade oder ein scheinbar äußeres Hindernis stößt, nimm dir vor, zehnmal tief durchzuatmen und dabei das Mantra, Ich freue mich, etwas zu entdecken, zu wiederholen. Oft bergen diese vermeintlichen Hindernisse verborgenes Potenzial und wertvolle Lektionen. Wenn du lernst, diese Momente des Steckenbleibens für die Informationen und das Wachstum, das sie bieten, zu schätzen, kann das dein gesamtes Wohlbefinden steigern. Du stehst gerade vor einer herausfordernden Entscheidung und es ist nicht der richtige Zeitpunkt, das Rampenlicht zu meiden. Verstehe, dass die Entscheidung, die du heute triffst, vielleicht nicht mit den Wünschen anderer übereinstimmt, und das ist völlig in Ordnung. Priorisiere das, was für dich am besten ist, anstatt Entscheidungen zu treffen, die nur dazu dienen, jemand anderem zu gefallen. Geld hat eine magnetische Anziehungskraft und die Verlockung, deinen Reichtum zu vergrößern, kann stark sein. Die Planetenkonstellation des Tages könnte einen verlockenden Plan präsentieren, der deinen finanziellen Status schnell verbessern könnte. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass man mit Geld allein kein Glück und keine Erfüllung kaufen kann. Auch wenn jemand aufgrund seiner finanziellen Situation attraktiv erscheint, solltest du darauf achten, dass die Verbindung mehr als nur finanzielle Vorteile bringt. Emotionale Zufriedenheit und Kompatibilität sind ebenso wichtige Faktoren, die du berücksichtigen solltest. Während du dich darauf vorbereitest, lang gehütete Geheimnisse zu lüften, sei offen für die Welt der Möglichkeiten und Chancen, die du dir vielleicht nie vorgestellt hast. Diese Enthüllungen haben das Potenzial, nicht nur neue Klarheit in dein Leben zu bringen, sondern auch Türen zu unerwarteten Freuden und bedeutungsvollen Verbindungen zu öffnen. Lass dich von der transformativen Energie, die dich umgibt, mitreißen und vertraue darauf, dass das Universum diesen Moment für dein persönliches Wachstum und deine Ermächtigung inszeniert hat. Jetzt ist es an der Zeit, in das strahlende Licht dieser positiven Offenbarungen einzutauchen und ihnen zu erlauben, dich in eine hellere und erfülltiere Zukunft zu führen. Heute bildet die Sonne der Jungfrau eine kleine Verbindung mit dem rückläufigen Pluto im Steinbock und dem rückläufigen Chiron im Widder. Diese himmlische Konstellation unterstreicht, wie wichtig es ist, unser Leben zu verbessern und noch vorhandene Wunden aus der Vergangenheit zu heilen. Sie ermutigt uns, unsere Unvollkommenheiten und Schattenaspekte als integrale Bestandteile unserer Reise zur Selbstentwicklung anzuerkennen und anzunehmen. Während dieser transformativen Phase solltest du Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl in den Vordergrund stellen. Zeige dir selbst das gleiche Maß an Empathie und Freundlichkeit, das du auch anderen entgegenbringst. Selbstliebe und Selbsterkenntnis sind wesentliche Bestandteile deines Wachstums und Wohlbefindens. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die sieben der Schwerter steht für Täuschung, Geheimhaltung und die Notwendigkeit, vorsichtig zu sein. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vor Täuschung oder Unerlichkeit auf der Hut sein musst, entweder von anderen oder von dir selbst. Sie steht für eine Zeit der Wachsamkeit und dafür, wie wichtig es ist, deine Interessen zu schützen. Die sieben der Schwerter ermutigt dich, deinen Instinkten zu vertrauen und auf versteckte Absichten oder betrügerisches Verhalten in deiner Umgebung zu achten. Sie erinnert dich daran, Maßnahmen zu ergreifen, um dich und deine Interessen zu schützen. Die sieben der Schwerter wird von der Karte die Welt begleitet. Diese Karte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines Ziels. Sie steht für das Erreichen eines bedeutenden Meilensteins und für ein Gefühl von Ganzheit und Erfolg. Die Welt lädt dich dazu ein, deine Erfolge zu feiern und den Abschluss eines Kapitels deiner Lebensreise anzuerkennen. Sie erinnert dich daran, dass du das Potenzial hast, deine Ziele zu erreichen und ein Gefühl der Erfüllung zu bekommen. Schließlich haben wir noch die Gerechtigkeit. Diese Karte steht für Ausgewogenheit, Fairness und die Notwendigkeit eines unparteiischen Urteils. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, gerechte und ausgewogene Entscheidungen zu treffen und dafür zu sorgen, dass die Fairness überwiegt. Die Gerechtigkeit ermutigt dich, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, die mit deinem Sinn für Integrität und Fairness übereinstimmen. Sie erinnert dich daran, dass Ausgewogenheit und Unparteilichkeit zu positiven Ergebnissen führen. Die Sieben der Schwerter, die Welt und die Gerechtigkeit ergeben zusammen eine Kombination aus Vorsicht, Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mach dir heute die Energie der Sieben der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bist und auf Täuschungen oder versteckte Motive achtest, sei es bei anderen oder bei dir selbst Vertraue auf deine Instinkte und ergreife Maßnahmen, um deine Interessen zu schützen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Welt, indem du deine Erfolge feierst und erkennst, dass du eine wichtige Phase deines Lebensweges abgeschlossen hast. Nimm ein Gefühl der Erfüllung an und erkenne dein Erfolgspotenzial an. Kanaliere die Energie der Gerechtigkeit, indem du bei deinen Handlungen und Interaktionen ausgewogene und faire Entscheidungen triffst. Achte darauf, dass deine Entscheidungen mit deinem Sinn für Integrität und Fairness in Einklang stehen. Diese Deutung steht für einen Tag der Vorsicht, der Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mache dir die Energie der Sieben der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bleibst. Nutze das Gefühl des Erreichten und der Ganzheit, das dir die Welt bringt. Nutze die Weisheit der Gerechtigkeit, um ausgewogene und gerechte Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Erinnere dich daran, dass du durch Wachsamkeit, das Feiern deiner Errungenschaften und faire Entscheidungen mit einem Gefühl der Integrität und Erfüllung durch den Tag gehen kannst und gleichzeitig deine Interessen vor möglicher Täuschung oder Unerlichkeit schützen kannst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!